Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Dell Inspiron 17 und zwar ein 5700 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer, das ist für Dell eigentlich auch relativ typisch, steht nicht auf dem Gerät dabei. Das heißt, entweder man hat vielleicht noch die Rechnung oder aber man geht über die Servicetag Nummer, die hier unten drauf steht. Und ja, wenn man die auf der Dell Webseite eingibt, dann bekommt man darüber die genaue Modellnummer und mit dieser findet ihr dann eben auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich hier zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch relativ einfach ist. Dafür muss man nämlich nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad kann man allerdings auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuallererst mal alle Schrauben lösen. Und hier gibt es ein paar Sachen, auf die man achten muss. Das eine ist die vier Schrauben hier oben. Die werden nicht komplett rausgeschraubt, sondern nur gelockert. Okay, die bleiben also im Gehäuse. Dann haben wir hier die Schraube, die das Laufwerk hält und auch das muss zwingend vorher ausgebaut werden. Und diese beiden Schrauben hier sind etwas kürzer als der Rest, während die anderen Schrauben dann gleich lang sind. Also am allerbesten ist es wirklich, sich alle Schrauben hier separat hinzulegen und sich zu merken, wo was war. Und genau unter dem Laufwerk, das kann man hier einfach zur Seite rausziehen, sind auch noch mal zwei Schrauben und die Schrauben sind noch mal anders, diese noch mal ganz klein. Also auch die am besten direkt getrennt ablegen. Ganz generell ist es so, ich benutze hier für alle Arbeiten am Laptop ein super praktisches Universalwerkzeugset. Verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Da ist komplett alles dabei, was man so braucht. Öffner, Pinzetten, Schraubendreher-Set mit Verlängerungen und allen Aufsätzen, die man so in irgendeiner Weise gebrauchen kann. Die habe ich mir jetzt hier schon mal rausgesucht. Und in dem Fall ist es so, die Schrauben hier, die das sind alles ganz normale Kreuzschrauben. Das heißt, in dem Fall kann man ein PH0 nehmen. Und wenn man dann alle Schrauben gelöst bzw. rausgenommen hat, auch die unter dem Laufwerk, dann kann man die Unterseite vom Gerät trennen. Dann nehme ich hier einen der Öffner, die auch am Werkzeugset mit dabei sind. Und ich zeige euch mal schnell die Unterseite und das Gerät. Die laufen hier so ein bisschen auf der Innenseite und geht dann aber tatsächlich hier unten lang. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, so ein bisschen hinter dem Kühlergrill hier. Und ansonsten hier entlang. Genau da. Und da würde ich jetzt in dem Fall auch versuchen anzufangen. Also ich würde da jetzt eher versuchen, auf der Vorderseite anzufangen. Und dann versucht man sich hier eine Öffnung zu schaffen und hebelt das dann eben nach oben hin ab. Und das kann wirklich fürchterlich laut knacken. Das ist aber auch echt ganz normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen hier lösen, da muss man also keine Angst haben, was kaputt zu machen. Und genau so hebelt man das dann quasi einmal in das Gerät herum. Hier ab. Und ja, normalerweise, je nachdem, wie oft das Gerät schon geöffnet wurde, geht das sehr leicht, dass man das in der Hand hat. Sollte das eben mal nicht der Fall sein, dann macht man genau in der gleichen Technik einfach weiter und geht ebenso wirklich einmal um das komplette Gerät herum. Und irgendwann hat man hier alles so weit gelöst, dass man das wirklich mit ein bisschen Rütteln und Wackeln dann eigentlich auch schon einfach abziehen kann. Und ja, schon hat man das Gerät offen. So, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres hier machen, immer zuallererst den Akku vom Mainboard rennen, dass das Gerät wirklich keinen Strom mehr hat. Und in dem Fall sieht man hier die Verbindung und das heißt, da zieht man den Stecker einfach nach hinten raus und ja, schon ist da kein Strom mehr drauf. Gut, dann schauen wir mal, was wir hier noch sehen können. In dem Fall ist hier drüben eine 2,5 Zoll Festplatte eingebaut. Sollte da keine drin sein, kann man die eben nachrüsten. Und zwar gibt es dazu das Gehäuse und man braucht auch den Adapter von S-Ata. Und das läuft dann hier an das Mainboard. Das ist mit einem Klipschalter verbunden, zeige ich aber später beim Touchpad noch. Und ja, das wird hier im Grunde genommen auch nur von den 4 Schrauben gehalten. Und dann kann die ja hier seitlich verschraubt werden. Und S-Ata Stecker drauf und fertig, das ist also kein Problem. Dann sehen wir hier drüben die SSD. Hier sind die beiden RAM-Riegel. Da ist das WLAN-Modul. Dann haben wir hier noch den Lüfter und den Heatsink, der CPU und Grafik kühlt. Und ja, was man hier noch sieht ist, dass man, falls der USB-Slot mal kaputt geht, dann kann man den tatsächlich auch tauschen. Das ist echt super praktisch. Und wir sehen auch direkt hier drüber noch die CMOS-Batterie, die sich auch einzeln tauschen lässt. Und da ist es so, die schiebt man so ein bisschen nach unten. Da kann man sich auch eine kleine Hilfe nehmen. Und dann kommt die so einfach raus. Und genau so kommt ihr dann auch wieder rein. Nach unten drücken. Schwuppdiwupp. Kein Hexenwerk. Eine andere Besonderheit ist noch, dass man auch das Strombuchsenkabel bzw. den Anschluss, wenn der mal bricht oder kaputt geht, den kann man auch einzeln tauschen. Das ist dieses Kabel hier. Das läuft unter dem Janier. Also man muss eigentlich nur das Janier losschrauben und kann die Strombuchse samt Kabel hier super einfach tauschen. Also schon ein recht nachhaltiges Gerät. Um den Akku auszubauen, muss man nur die Schrauben hier drum herum rausnehmen. Muss ich mal einen anderen Aufsatz versuchen. Ja, die geht jetzt nicht raus. Die muss ich nachher auf anderen Wege irgendwie rauskriegen. Ich will euch auf jeden Fall noch zeigen, dass man, wenn man den Akku losgeschraubt hat, man das eben eigentlich einfach hier hochhebeln kann. Und die zweite Besonderheit ist, dass man das Kabel hier tatsächlich behalten muss. Das ist hier nur eingesteckt. Das sieht so aus. Und das braucht man dann für den neuen Akku. Genau, das muss da dann wieder dran und wird da natürlich genauso wieder verbunden. Und ja, so kann man den Akku dann tauschen. So, genau. Also ich habe die Raube jetzt hier unten mit einem noch größeren Aufsatz einfach rausgemacht. Mit ein bisschen Druck von oben und eben einem größeren Aufsatz ging das dann. Dann kann ich euch das nämlich jetzt hier nochmal zeigen. So sieht der aus. Und ja, wie vorhin schon erwähnt, also das Kabel hier dann einfach behalten. Und genau. So, unter dem Akku kann man hier jetzt übrigens auch das Touchpad sehen, was sich wie gesagt auch einzeln tauschen lässt. Und da sieht man einmal hier oben, die Schrauben, die müssen raus. Und auch das Kabel und das ist eben ein Kippschalter, ein bisschen aufgeklebt hier. Der funktioniert eben so, dass man den erst aufklappen muss. Das ist eben das gleiche wie hier bei der, wo man auch das erst nach oben klappen muss. Der wird nach oben aufgeklappt, dann gibt er das Kabel frei. Und ja, dann kann man das Touchpad quasi von oben durchdrücken und dann von der anderen Seite entgegennehmen. Und beim Wiederverbinden, man sieht das schon hier, die schwarze Linie, die gibt quasi an, wie weit das wieder rein muss, wann es richtig ist. Und dann frimmelt man das hier rein. Das war es noch nicht. So, jetzt. Und dann klappt man das zu. Und genau. Und so kann man das Touchpad eben auch relativ einfach hier tauschen. Der RAM lässt sich wie bei eigentlich jedem Gerät super einfach tauschen. Er wird nämlich nur von diesen beiden Klammern an der Seite hier gehalten. Wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, dann kommt der einem ja quasi schon entgegen. Kann dann aus dem Sockel gezogen werden und eben getauscht oder auch eingebaut werden. Und das ist genauso einfach. Das kommt in den Slot zurück und wird nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und ähnlich einfach ist auch die SSD. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier unten gehalten. Und sobald man die draußen hat, kann man die so ein kleines bisschen nach oben hebeln. Nicht zu viel, dass sie abbricht und dann nach hinten rausziehen. Und ja, im Prinzip genauso der Einbau. Zurück in den Slot. Ein bisschen nach unten drücken und wieder verschrauben. So, Lüfter lässt sich hier auch einzeln tauschen. Und der wird von drei Schrauben gehalten. Hier läuft auch noch das Displaykabel. Und ja, das ist ja nur so ein bisschen eingefädelt. Das lässt sich ziemlich einfach hier aus der Führung raus machen. Genau so. Und hier sehen wir das Lüfterkabel. In dem Fall schraube ich den jetzt aber erstmal los. Genau so. Dann kann man den Lüfter hier einfach nach oben hin rausnehmen. Und wie gesagt, das Kabel wird einfach in die Richtung rausgezogen. Man kann das schon am Kabelbund machen. Ich gehe da auf Nummer sicher und fasse das direkt am Stecker. Genau. Und dann noch eine Besonderheit. Je nachdem wie der Lüfter geliefert wird, wie rum das Kabel ist. Manchmal ist der auch nicht wirklich markiert. Aber man kann halt auf einer Seite von dem Stecker hier die Kontakte sehen. Und in dem Fall zeigen die nach unten, wenn man das wieder verbinden will. Und auch das würde ich jetzt zuerst machen, dass man das auch nicht vergisst. Das wäre nämlich nicht so prickelnd. Das heißt, erst das Kabel wieder verbinden. Und dann kann man den Lüfter hier einfach zurück auf die Gewinde legen. Der sitzt dann passgenau. Das Kabel hier wieder einfädeln. Kann man auch am Ende machen. Das spielt da keine Rolle. Und ja, dann einfach wieder verschrauben und eine schöne einfache Geschichte. So, den Akku, den legt man auch hier wieder auf die Gewinde drauf. Genau wie hier zu sehen. Und ja, dann wird er eben wieder verschraubt. Man kann auch tatsächlich, wobei das hier glaube ich ganz gut geht, ja, das Kabel zuerst verbinden. Aber in dem Fall ist das jetzt nicht notwendig. Und dann wird er einfach wieder verschraubt. Genau, die hier unten werde ich dann durch eine neue ersetzen. Auf jeden Fall aber trotzdem verschrauben. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, nicht vergessen, das Kabel wieder zu verbinden. Damit das Gerät dann auch wieder Strom bekommt. Sonst muss man das nochmal aufmachen. Und ja, und schon kann man eigentlich auch die Unterseite wieder verbinden. Ja, und die wird jetzt einfach von oben auf das Gerät draufgelegt und dann nach unten hin festgedrückt. Das kann man auch feste zudrücken hier auch in der Mitte, bis alles wieder einrastet. Ich gehe am Ende auch immer noch einmal um das Gerät herum. Und schaue, dass da wirklich alles verschlossen ist, keine Lücke mehr zu sehen ist. Genau, so. Dann fängt man an mit den beiden Schrauben unter dem Laufwerk. Das wieder rein. Und dann kann man die restlichen Schrauben festziehen bzw. einschrauben. Und ja, so schnell geht das hier. So, ich hoffe das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.